Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen und euch ein bisschen über die Schultern schauen. Es ist nämlich sehr spannend, was ihr hier macht. Brüner hat es hier auch noch Schnee gegeben und das ist ganz schön gesehen. Und dann hat man uns in einen Kühlschrank eingesperrt. Dort ist es ganz dunkel und langweilig gewesen. Wie hat es eigentlich denn ausgesehen, was bei euch noch Schnee gehabt hat? Wunderschön ist es gewesen. Man kann auf dem Schnee tolle Spataten machen. Aus was hat eigentlich der Schnee bestanden? Schnee besteht aus Wasser. Was ist eigentlich ein Schneeball? Ein Schneeball ist eisig und kalt. Es ist eine Kugel aus Schnee. Drei, eins, zwei, eins, 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 eins. Es gibt so viel Lust mit Schnee, also ich begreife nicht, wieso sie das so machen. Wir gehen jetzt in So, wo man noch die letzten Pinguine sehen kann. Was ist das für ein Tier? Hast du das schon mal gesehen? Nein! Das sind Pinguine. Das ist so schade, dass das Eis geschmolzen ist. So hat die Tiere kein Lebensraum gehabt. Wo sind denn eigentlich die Eisbären? Die Eisbären brauchen Schnee und Eis zum Leben. Und das gibt es leider nur. Wenn es mit der Wärmung so weitergeht, dann sieht es bei uns gleich auch überall so aus. Dann hat es gleich Krokodile in unserem Bach. Was ist das eigentlich mit der Klimawärmung? Komm, ich zeige es dir. Hier ist die Sonne und hier die Arten. Die Sonne schickt immer wieder die Sonnenwärme auf die Arten. Und die Arten schickt sie gleich wieder zurück. Wenn es immer so wäre, wäre es minus 10 Grad. Jetzt hat die Natur eine Lösung gefunden. Sie haben durch Vulkanausbruch und Verbrennungen heisse CO2 produziert. Es ist immer mehr geworden und dadurch auch immer wieder wärmer. Jetzt konnten Menschen, Tiere und Pflanzen noch davon leben. Jetzt die Menschen verbrennen bei den Heizungen, produzieren sie CO2 beim Autofahren. Und es gibt so viel CO2, dass wir schon zu viel haben. Jetzt kommt die Wärmung zwar durch, aber nicht mehr raus. Und darum wird es hier auf der Art auch immer wärmer und wärmer. Ich komme jeden Tag mein Velo in die Schule. So produziere ich kein CO2. Um CO2 zu stoppen, ist es wichtig, dass wir weniger Autos fahren. Und zum Beispiel mehr den öffentlichen Verkehr brauchen. Und zum Beispiel mehr ein GO2 zuançainer, Onze Wärmsbruch bis zum Beispiel New York. Die Wärmsbruch bis zum Beispiel der Welt. Eine so eine echte Schneeballschlacht, das macht doch einen riesen Spass. Wir geben Sorge zu unserer schönen Welt. Helfet ihr auch mit? Wir geben Sorge zu unserer schönen Welt. Wir geben Sorge zu unserer schönen Welt. Wir geben Sorge zu unserer schönen Welt.